Willkommen zu einer neuen Folge No One Barbecue in New York City. Heute sind wir auf einem geilen Flugzeugträger. Unten direkt am Hudson. Und hier in der Kantine, richtig schön Pastrami Sandwich. Ich probiere es einfach mal. Mahlzeit. Dieses Fleisch, diese Pastrami gewürzt mit diesem Käse, auf diesem Sandwich Toast. Genial. Muss ich dann mal auf jeden Fall nachmachen. Macht es auch nach. Oder, wenn ihr in New York seid, ab zu diesem Museum unten am Hudson, unser Kriegsschiff. Brot's euch das. Viel Spaß dabei. Bis zur nächsten Folge. Euer No One Barbecue.